Hallo und herzlich willkommen zu Skywise Minecraft Survival Folge 676 und jetzt sollte Weihnachten sein, wenn die Folge rauskommt und wir schauen uns mal mit der Elytra rum, die lassen wir rechts liegen lassen. Oh mein, wir haben noch 20 krätschen. Musik Schiff! Schiff! Ein Lüter dran! Hm... Schiff! 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 Ah! Brake sind 3! Was kann man denn drauf tun? Schiff! Wer ist denn da im Angebot? Ufff... Er lenkt vielleicht sogar... Gott, das ist ein bisschen... Gott, wahrscheinlich nicht, he? Er... 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 Er spürtare! Ah, eine Rakete braucht man in diesem. Wir brauchen eine Rakete, um rumzufliegen. Large Ball. Small Ball. Ähm, nein. Gern ohne Ball. Ah. Sehr gut. Du reischt, nein, es reicht. Ich werde die Arten updaten. Mann, wir haben keine 60 FB. Wir haben etwa 30 FB. Ja, genau. 20 FB. In einer Sichtweite von 21. Oh ja. Okay. Wobei, da kommt eigentlich nicht aus Sichtweite von Bardo. Wenn wir sie da... Da spielt Performance weg wegen diesen tausend Redstone Sachen, die ich hier gebaut habe. Und den Objekten. Haben wir alles? Glaub ich es. Das vielleicht? Ein bisschen Nacht. Okay, gehen wir schnell schlafen. Oh, da ist noch Tracht da unten dran. So wie es uns sieht. Und da ist nass. Okay. Gute Nacht. So. Oh, es hat aufgehört regnen. Ja gut. Dann fliegen wir noch mal in den Gegend rum, würde ich sagen. Wir haben... Wir müssen einfach den Leuten dran schauen. Mal schauen, ob ich das noch an kann. Wir... Wir... Wir sind doch nicht da. Darin habe ich irgendeinen Berg gesehen. Es kommt gar nicht genug schnell nachher mit... Mit Bauer oder... Mhhh... 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 Wir drehen ein wenig, ups, wir drehen ein wenig Ding. Warteschlaufen, das Eisbium ist eigentlich ganz nahe. Aber Eis ist gut. Suche, Schneeberg. Höhle, ist das so ein S18? Nicht unbedingt, vielleicht. Sind wir da schon gewesen? Weiss nicht. Vielleicht. Ja, kann man während dem Flug anschauen, das ist sehr gut. Ist er schon fertig? Ok, fährt am Dorf das Eis an. Aber gut, Schnee. Ja, gut, sehr gut. Ja, gut. Oh, oui, cool. Was ist da für ein Dörfli? Mehr. Die Eier ist die V Schongerze. Nähe Klinik! Und dannano es heute mal auf dem Dörf. Wir haben den Deckel oder so,brushe und soomo Survival Ist das eine Unterwasserstadt, oder was? Ah, das sieht doch noch 1.18 generiert aus. Das ist ein typisches 1.18-Biom. Das ist ein typisches 1.18-Biom. Ja, wir können noch höher fliegen. Oh, da geht es tief runter. Oh, da geht es tief runter. Brennt. Gar nicht ein Badland, sondern ein 1.18-Biom. Ich habe jetzt das Zeug wieder abgebootet. Dann bin ich wieder in eine neue Gegend. Also, die Berge sind schon mal hoch. Das sind einfach die Falschen. Das sind einfach die Falschen. Das sind einfach die Falschen. Das ist einfach die Falschen. Das sind einfach die Falschen. Das sind einfach die Falschen herumfliegen. Und der Leutra ist fast nicht kaputt gegangen. Und wir können sie vielleicht mit Phantomhäute und einem Amboss. Da fragt sich, ob man das noch mitnehmen kann. Nehmt mal. Wobei am Breaking 3 ist eigentlich nicht schlecht. Was immer, Koordinaten. Äh, äh, 2000. Nein, Junks. Hier. 4600 minus 2000. Ah ja. Sichtweite. Nützt eben nicht viel. Machen wir auf 30. Und jetzt sind wir wieder Updaten. Die Frage ist jetzt in welche Richtung wir wollen. Hmm. Gehen wir da weiter. Gehen wir da weiter. Schön. Farbig. Grauig. 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 Sehr schön. Ich Model. Versuch wir. Ich weiß nicht, es ist ein 사ndernderflugむ. Ja, ich bin hier oben. Ich kann auch... Dann können wir schnell übernachten hier in diesem Dorf. Anflug, die Landebahn, die Landebahn nicht erwischt. Danke. Aha. Aber, äh, ich habe doch welche im Bett schlafen. Danke. So. Jetzt schaue ich in welche Richtung. Ich glaube die gehen wir weiter. Tschüss. 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 Birkenwald Umgekehrt Mal schauen auf die Koordinaten Äh... 18220 In diese Richtung dürfen noch etwas fliegen Försterböden In dieser Richtung In dieser Richtung Achterböden Entfernen Ob James In dieser Richtung Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020